Willkommen bei Piram, bringen wir uns auf, in der Khushwa-Magechir von jedem Tag von Hayyam, Joim, Harav, Reb Yassl, Katzmann. Welche wetten wir uns übergeben, ein bisschen sich freuen, was ihr gedacht habt, von 770, Piram beim Reben, mit den Jurenverfahren, Gimmel Tamas. Guten Tag, Reb Yassl. Guten Tag, Reb Pule. Ja, wuss könnt ihr ihr bei den Zeilen über den Reben, Piram, wuss könnt ihr in den 23 Jahren, in 770, die zum gearbeten Sachen? Versteht ihr auch, als, äh, wir können nicht, äh, sind Token Klölin. Ähm, der, sie wenden sich an die Juren, jeder, äh, Zeit, jeder Tkuf hat gehabt, äh, ihr Seider. Versteht ihr auch, wie die später dicke Tkuf ist? Später, was ich ruf später? Von, äh, die Lamedz, äh, mitten Lamedz hat sich angeheben, Mifza Purim. Ist, behalb Purim, der ganze Metzir ist von Purim gewesen, er ist genau 15. Und der Dagesh ist nicht gewesen, äh, was tut sich, in Kroneiz, beim Mäschech von Tag, ich meine, mir Rett Chavade, mit Gidav, mit keinem Gewende Mitzves, aber den ganzen Tag ist mir gewann von um 15, bis, äh, Motsa Purim ist mir gekommen, zum Reben zu verbringen. Das sind die später dicke Juren, und wegen der Rufmestami, da die Märste, auch gedruckt, äh, in die Jomanien, mit die verschiedenen Asphorien. Ich will gehen ein bisschen zurück zu die jungen Juren meine. Weil sie da, Purim Bechlal beim Redner gewesen, ich weiß nicht, wie das umzurufen, aber sie gewesen, wenn man sagt, Simche, in Lubavitsch, dass sie nicht die Simche von Heleles, mit, mit, mit Wildkeit, mit Schikres, die alle Sachen seinen gewöhnen, wie bei Meile, wir können nicht sagen, sie nicht gewöhnen, mit Freilichkeit, mit getanzt, mit gesungen, mit gesprungen, mit gesorgt, l'chaim, als MS, aber nicht, dass sie gewöhnen, die MS-Simche. Die MS-Simche Purim ist gewöhnen, die tiefe, die Pneumis, die Simche. Und, das hat sie charu, ist gesorgt, das wir gehen, posher zu dir, posher an hoge von Schidim. Chaiv Innes, l'psum, be aller, ich meine, das Buchschidim, aber alle, weil non wissen, also in Lubavitsch, ist, wie das, äh, daf, geht, mir, kein, gewöhnen, aber, wo es? Mut, es, kein, Das heißt, zu das Purim, wenn man sich gesagt, zu das Purim, zum Soft Talk, Purim, hat man sich in die Kenta wegsetzen, die Pshume, bei Puria, Adler, Yade. Weil in der Porsche wird seinem Rehmens verbrengen. Und dort, der Rebbe geredet, die tiefste Union im Chsides. Am in dem, bei Purim, auf Chsides, jedoch bei der ganzen Meise, jedoch an anderer Meise. Alla Meise, die Schmessler von der Kaddish Baruch Hu. Du meibus, das ist noch ein Wett in der Mund. Aber vor allem, nach der Schweres, in ganzen, durch und durch, jetzt, der Mordge, alle Prote, was Retzach, in Meise, das ist doch Retzach, wegen Unionim, Eljenim, Homo, 50 Amo. Das ist doch alles, tiefe, tiefe Unionim, was Chsides nimmt von anderen, auf Tellerlach, und ohne eben dich von Altmereben, bis die, alle sieben Deires, und der Rebbe hat vielleicht verbrengen, schoes, 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 schoes. Und vielleicht hat er gesagt, mir feeres, das ist auch Lachayim. Und dafke, wenn der Rebbe hat gesagt, das ist auch Lachayim, hier kommen noch tiefe Unionim. Und wir können da sein, in die Meimorim, in die Sichas, hat die doch Baruch Hashem alles gedruckt. Und wir können da sein. Der Rebbe hat gesagt, mir Lachayim, 4? Ja. Ja. Purim, vielleicht der Rebbe sagt, mir Lachayim, wie gewählach. Und sie gewählern andere Joren, wo sie hat gesagt, gar das auch Lachayim. Sie da, ein paar Joren, wo sie stehen, ist ein Beilet, sehr stark, wo dort noch gewesen, sehr wunderliche Sachen. Mit er gesehen beim Rebbe. Joren, wo sie Pusht gewesen, der Rebbe hat gepravet in Unionim, von Lomailem, mit der Rechateve, im Ganzen. Ich weiß, sie da, der Babuoster Purim, in 1912, wo der Rebbe jemand gerät, er persönlich zugegangen zum Rebbe, und sie zergerät wegen Parnasse. Heute später, der Rebbe hat so getan, und wir soll in Amerika, doch da, meine, und sie da auf Tape, also sie da, meine, als strellt mein Opa, für Wot. Wir sollen Wotten. Ich bemele, die, die sein Gerät anzunehmen, haben sich, also sie sollen, haben sie, das war Flogen. Und sie werden nicht in Spolfa, denn es ist jenes, sondern sie heben die Hand, wir sollen Wotten. Und bis nach Hakel, haben drei Jeden, die Hände geheben die Hand. Wow. Und, Mama ist gleich auf der Norden, der Rebbe hat eine starke, ähm, ähm, Unzufriedenkeit. Der Rebbe hat gesagt, mit bravet, chsidischer Stieg, Spitz, Spitz Chabad, mit der Moll ist mir gewohren, grätschig Sidi, wir wollen nicht haben, können Aschiris, und der Norden hat man Teines. Und die sagt, klar, sie gewöhnen aneis Rotsen, und ihr hat es verpasst. Und, äh, gewöhnen die Sidi, die drei, was haben wir aufgegeben, der Hand. Ich weiß nur von, äh, Akkopone, wie mit der Geschwisch, jetzt werden zwei von sie sein, der dritte, habe ich keinem nicht gehört, wer das ist. Und sie sagt, ich gewöhnen, grätschig wir. Und sie haben gewohnt, als jeder soll auf einem, nehmt. Und sie haben gewohnt, als sie soll sein Reich, gesieden soll sein Reich, soll sie sein gut. Und sie haben gesagt, wir sind jenes von Aschiris, dass man beikommende, nicht jenes von Aschiris, nicht jenes von Annias, was man lernt. Es ist sie gewesen, der Purim von Tophchen und Gimel, was, äh, als sie, ich habe gehört, letztens, ach Jüdisch, was ist sie, zu hongeheben, aber Pshmule Witt, nur zugegangen zum Reben, und gebeten, abbruch, 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 der Rebe, der Rebe, der Zählt, am Maise, der Rebe, hat gesorgt, noch am Meimer, a zweit, Meimer, abbruch, 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 gearbeitet, aber kein Korrel heute im Purim von Tophchen Yudgimu. Und der Norden, der Rebbe gerät das Zeichel und erzählt am meisten. Aber wenn sie gewöhnt, die Bekerin ist in Russland, und mit jeder habe gehen Stimmen, und der Rebbe rasch, habe geheißen, haben sie auch gehen Stimmen. Ich habe gesagt, die Eltern haben geschossen, dass sie waren in der Gräse battlen, sie haben gar nicht verstanden, sie haben nicht gewusst, was ist Stimmen. Aber der Rebbe geheißen, hat sie geholfen, in der Gartel gegangen, in der Mikve, mit allen Achones, und er geht nicht Stimmen, und er geht in der Ort, wo man sich zusammengeklebt mit Menschen, und er hat gewöhnt eine Kampagne, wie man sagt, für einen gewissen Kandidat, und jener hat gedarschend, und dann alle geschrien, Hurra! Das heißt Hurra, wie man sagt, auf Englisch, Hurra, Hurra! Und der Chossi hat genümen, die Hand, der Rebbe hat viele gewiesen, man sagt, dass sie da Bild von der Ruf, ich meine, ich habe gesehen, Bild, man sagt, dass du von jener Moment, wo der Rebbe aufgeben, die Hände, und er hat gemacht mit einer Hand in alle Seiten, und gesagt, Hurra! 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 Der Chossi hat auch viele nicht gewusst, was er sagt, aber er hat gesagt, Hurra, er ist schlecht. Später, er ist galt geworden, als in jener Zeit hat Stalin gemacht, schmäh, gehat, sein Stroh, und gepägt. Wow, wow. Und in der Maimäher, in der Dome zu Maimäher, hat der Rebbe gelesen, haben wir so reinstellen, dass sie hat der Kesher zugruft. Is, äh, das ist gewesen Apurim, der Nodum gewesen Apurim, Tov Shinchai, das ist damit der Linkster verbringen, und der Rebbe hat auch verbracht, mit Zähne schon, und dem hat der Rebbe gesagt, Gor, Gor Sachmaschke, und, äh, äh, dort sind seine gewesen, mehrere die Gehluim, der Rebbe hat hier mit gerett zu Menschen, private Unionen, was gewinn lach, da nicht gerett Borabim, und dort gerett Borabim, und gemohnt, und Gor, Gor Starr gemohnt, dass sie sehr historischer verbringen, sie hat auf Tape, und, äh, was ihr gedenkt, mein, mein erster verbringen, was ich kann sagen, was ihr gedenkt, was ihr gewesen, jetzt meine Klalle gewesen, Tov Schenkhoff Echet, wenn der Rebbe stark gemohnt, wie soll sagen, lach, und er gebeten, er soll sein, er misnade, was zu sagen, lach, mit keinem sein, alle jah, damit sein, dem elom, sie gewes nach Chosset, er mit Dukman, was er hat gesagt, lach, lach, und ich hat gewonnen, ein bisschen freilach, und der Rebbe hat zu Tom in der Midden, der Riedot, weißt, der gemacht, auf Sockes, und getumult ein bisschen, und ist da, was den Augen später zum Sofa bringen, hat der Rebbe gehiss ihm so so in Chaim, und mit Amolo der Rebbe macht auch Rose, Cola, Peixe, die hat nicht nämlich, und der Rebbe hat ihn mit den Maschke, und sie waren auch seiden, die ganze meiste gedenk von den Kindern, die waren sie eingefallen, die Pyramiden, alles eingefallen, alles ein Marokko sprungen Stuppensach zum Rebbe mit Maschke, und der Rebbe gehalten den Kopf, sie haben den zweiten Mal, der Rebbe gesagt, das ist schon genommen, der Rebbe gehalten den Kopf, jeden einen Maschke, und wir können sagen, der Rebbe hat den Mal getrunken, hat der Rebbe geheißen heimlich, wir waren ganz freilach, und sie waren mit Hummedick, geändert, von den Nahrigkeiten, von den Stuppen, hat sich zerbrochen, dem Rebens Benkel, dachte sich haben wir zu rissen, dem Rebens Sider, waren Sachen, die nicht normal und wenn der Rebbe Sideru ist vom Verbrengen, er ist rein im Zimmer, dann auch wenn er Sideru ist schon gewesen, Hebre ist schon gewesen, ganz schick er gedenk, wie Hebre und Poshet geklappt, dem Rebbe macht ein Tier, gebet Maschke, dann auch wenn der Rebbe Sideru ist zum Kar, hat man gegeben dem Rebbe sich weg ist weiter hat man gebet dem Rebbe Maschke, hat Rebbe gebet Teo Maschke bei Kar, die Heber ist gesprungen auf Kar, hat man zu bruchen die Kar, und der Rebbe die gebet vor nach ein anderen Kar, mit Gnome die Kar bei einem Achoset, und wenn er hat gewohlt a Rüß ke vorn, ist Fadikar und mit Geloz und vorn, sie ist ein Mal, weißt doch, ich sage das ist gewesen nach Tov Schenkhoff auf, das klingt noch in die Eber bis Heinz, wow, 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 Semsam Gowen Gowen Frey Lach Yen A Nacht Er gewöhnt dort wow, 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 das ist gar nicht passiert, ich denke als Kind hat mir gemacht a Räschem ich gemeente weiß er ist gestorben und er kommt ein fach mit deiner Räschem Sie wissen noch Haider Gehessen Rebbe Lecha Ein Red Blatt er gewöh Haider was er gewesen der Ze geze Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicker, er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicker. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er ist gestanden in der Stube und getanzt und gesprungen wie ein Schicksal. Er dachte, viele sind ein bisschen tape von der Ruf. Aber er ist schon gewesen, die wir so ein bisschen abschreiben. Also bleibt mal sicher von der Mimer. Und später hat der Rebbe gebeten, wir sollen einen Kuss bringen. Mit gewollt bringen den Becher. Er hat gesagt, nein, wir wollen nichts, das ist kein Plastik. Also wir alle und gehissen alle, wir sollen ein Schicksal. Wir sollen ein Schicksal. Wir sollen ein Schicksal. Wir sollen ein Schicksal. Nun kann man verstehen, dass es nicht ein Schicksal ist. Der Rebbe allein hat gesagt, die Schicksal auf irgendwelche Cases. Und mit der Ruf hat sich geändert der Ingen. Wenn der Rebbe später gesehen, die Türe waren offen. Er war ein bisschen Magde gewesen. Er hat schon gesagt, dass er es einfach macht. Der Rebbe nicht gewollt, Sternen. Das war interessant. Der Rebbe nicht gewollt. Wir können immer zerstören, dass wir gleich da stehen und ganz stehen. Und alle mit Sternen, alle mit dem C3-J. Der Rebbe nicht gewollt, haben wir so Sternen mit dem C3-J. Und der Ingen hat sich gedacht, ob da. Der Rebbe war, dass Purim ist ein paar Jahre. Der Rebbe sagt, dass wir nicht mehr verbringen mit dem Nigen. Weil es ist ein Film von Simche. Der Nigen von Purim ist der selber Nigen von wie er macht. Weil auf Purim in Lubavich nicht ein spezieller Nigen auf Purim. und Thomas ist da ein Liegen, schau an, dass sie ankämpft, dass es nicht im Purim geht. Und er hat gesagt, wieso macht er, dass er ein Liegen vom Purim mit gesungen ist. Wieso macht er? Freilich habe er es allemal gewesen. Sie hat sehr starke Videos von Fabrenge, von gewissen Igunien, wo es mit gesungen ist. Und er hat gestürmt auf den starksten Eiffen. Wir haben dann mal geheißen, wir sagen, Lechaim. Und wir sagen, viermal Lechaim. Der wird so, dass sie so viel, dass sie so viel, dass sie so viel, aber wir sagen, noch einmal Lechaim. Was? Wir sagen, wir sagen, Lechaim. Sie sehen, es schwer zu entfern, Abderhoof. Sie dürfen von Reben Lekan und Lekan. Sie dürfen von Reben, er hat gesagt, er will sich nicht nischen, wenn wir gehen Purim. Weil Purim ist doch Achiu, weil wir darf trinken. Dann haben wir von anderen, der Rebbe, du magst den ganzen Verbrengen, der Stier, der Jain ist Teire. Es darf sein, in Union von Teire. Und wir haben da Teire. Wir haben gelernt, wir lernen Pnimesa Teire, Chsides, in Chavade. Und der Norden, in Zeiten, wo der Rebbe gesagt hat, Bochrim soll nicht trinken. Sie gewinnen kann oder kann. Sie gewinnen sehr schwer. Bis zum nächsten Tag können wir noch bringen Reise an See und Reise an See. Es ist nicht kein Klarkheit. Aber auf dem Rebbe gewesen, kennt ich, das ist, ein Tag von Simche. Und es hat sich ruhig gesagt, in jeder Sache. Was noch kann ich dir sagen, also im Uffike Sachen. Beim Rebbe war der Seder von Shalachmones, was er vielleicht schicken in die frieh, die jahren, vielleicht er schicken zu etlichen Rebes. Von der Rechime von Rebes, was sich auch gehört, was er geschickt war, zum Amschenover, Bujaner und zum Kupuschnitzer. Der alte Bianer. Ja. der noch war mit dem Magde schicken zu Achein, Levi, Israel. In der späteren Jahren waren 37, zu denen er geschickt. Einer Achein, einer Levi, einer Israel. Und zum Reben beklebt man nicht schicken. Sie waren nicht was haben geschickt. Spitzel Menschen. Und Matones Levi Yenim, der Rebe Arayn Rufen, Aeid, Ramesh Groner, Ramesh Groner, Sabroeder. Und Ad hat Matones Levi Yenim, und hat gesagt, ich als ich habe gehört von dem Midden allein, sie gewinnen jeder Gehessen Reb Scholem Hecht, die Hecht des Forum Store auf Coney Island, das ist sein Geschäft, ist mich schon meise unter Verstanden von Reben an den Einzigen Matonen, wo der Rebet mit Kabel sein wird sein Sforim. Sie ist dann auch gegolten Reben mit der Matonen, und der Rebet gesagt, dass er eine Matone ist. Ich gehe ein Schuss von Sforim. Er hat sich eingeführt, also alle Purim kommen zum Reben mit ganzen Kessler von Sforim. Er hat sich immer von allen Sforim, das ist ein Marus, mit dem Meshach von Jor, und er hat das Bringen im Reben. Und er hat sich da rein, und er hat sich da rein, und er hat sich da rein, und er hat sich da ein offene Tier. Er hat sich da rein zum Reben, und er hat sich da rein, und er erzählt, wie der Rebe schaut auf alles vor ihm, und er macht das Seder, und dies vor ihm, also Herr, und dies vor ihm, immerhin. Und erweilen, flägt er einmal in der Reinhardt, und er hat sich da mit einem Reben, der Zelt der Meise, sie gewesen noch in der Milchamme der Seychelles der Jungen. Er hat sich da gewählt, er hat sich da in der Flattbush, ich weiß, man kann es sagen, ein bisschen auf die moderne Seite, sie gewesen noch in der Milchamme der Seychelles der Jungen, hat er reingebracht, seine Kinder mit sich, erinnert von seinen Kindern, hat sich auch erinnert, und sich verstellt, wie der General, mit der Schwarz Petsch, auf die Ege. Er ist allein zum Reben, aber der Rebe Akugiton, erzeugiton, nema Ropp. Sie sind nicht keine gute Sache. Später im Tag hat ihm jetzt er etwas geworfen, herangefallen zu dem Sohn in Ege, und bei der Echnes hat gar nicht geschah. Er hat gesagt, dass er gewesen am Nefes von Reben. Der Rodman erzählt er einmal, er ist herein zum Reben, und seine Tochter hat er umgetan wie es der Amalke. Er ist ein Ding beim Reben, hat er einen einen Bänkel, hat er sich auf den Bänkel. hat er Amalke zu der Tochter sagt er, sie soll aufstehen, wir sitzen mit dem Reben. Der Rebe hat so getan, sie ist doch Esther Amalke. Esther Amalke, darf sitzen auf dem Thron. Was der noch der mir gewesen in die später die Jahre wenn der Rebe tun die und Dollar ist gemalt alle Jördach zu der Rebe geteilt Dollar und Purim und öfter nur wenn sie gewesen Suntik ich denke nicht aber auch wenn sie gewesen fallen war der Rebe geteilt Dollar haben und der Rebe hat die Bereitkeit dass die Kinder kommen und gehen verletz und gehen verletz in verletz in ich habe ein Bild sie waren top in dem ches und gleich noch auf beit schwad und der Rebe war in Stube und sie waren ein merschen pur wo der nicht verbracht sie waren sehr ungezeigen ein bisschen verletz war schreide dick und der Rebe hat geteilt Dollar gedenk ich habe gebracht meine Tochter mit ungetan pur in habe ich ein herrliches Bild mit der Rebe guckt auf hier mit der großen Schmeichel dann wird stark geschmeichelt zu den Kindern was er war verstellt gleich noch uns durch gegangen von Reben ein Mann er war auf Stilz Stilz das heißt auf so steckend er war so gar heich und er zu gedauft er zu gedauft er war 8 Fuß hoch 10 Fuß hoch er vorbeig gegangen in dem Reben er gedenk und er die er hoff in segne mit der griesen schmeichel Rebe hat zu die Kinder sehr stark er 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 gingen er Das war ein Gewein, oder? Ha? Me geht allein, dann muss ich gehen. Migille ist beim Rebbe gewesen ganz gewähnlich. Der Rebbe vielleicht klappen, also hat er tapten mit die Füße zu Hormon. Also der Rebbe gestanden allein und gehalten die Migille allein und Schamoschim und wir hatten gesehen, die alle mit Hogi, wie der Rebbe vielleicht von anderen öffnen die Migille und zu mir fliegen wie die Aigeres stand mit Hogi, wo es mir bemerkt, mir bemerkt, dachte ich, der Rebbe vielleicht machen die Brüche zusammen mit den Chazen, vielleicht der Rebbe, ich machen die Brüche und der Rebbe vielleicht zu Neipflegen, die Migille im Beschaffung hat gesagt die zweite Brüche, Arobe Zirveinu und dort bin ich auch ganz am meisten, ich darf ein Rebbe ganz sicher, wenn ich gehe bei jedem einen, sie mir darf machen, sie mir darf früher zusammenlegen die Migille, sie mir darf früher machen die Brüche, das ist ein bisschen wie eine Abschore, das ist ein bisschen Einwiklende mit Gille bei Schatz der Brüche, wenn ich gehe zu Klappen Homenen ist ein bisschen das Stata mit Klappen-Norven mit dem Moment Homen bin Amdoso, Homenen mit der Titel, Homen Agogi, Homen Orohze, das ist ein Homen Klappen-Nit, aber der Rebbe hat man merkt, er vielleicht einmal Klappen sie hat ein bisschen mit dem Füßen, einmal mit dem Lechtenfuß, einmal mit dem Linkenfuß, einmal mit dem Füßen, einmal mit dem Füßen, aber gar nicht, der ist noch nicht gewesen, weißt doch, was später ich geworden will, er vielleicht Klappen, Klappen, sie kennt die Dürung nach Minut Zeit, bis ich mich übergehe, Klappen, und er vielleicht warten, dass ich wieder an der Malerseite, ich weiß, was noch, was willst du, Herr, no? Ich will, wenn du also, ich sage, oh, ich will, ich will, ich will, okay, ja, so da habe ich streif, so schon sehr, der Riker ist der Chsides, der Riker ist Pusat Chsides, sie da, also ei viel Chsides, unnachier, interoer, ich will, es ist der ganze Dose, vor allem, da, ein, interoer, manach, am, ganzer, sefer, auf Purim, allein, sie da, unnachier, und die verbringen seine, lange und tiefe, Pusat Tifinionim, geifashte, woz heist, pausat, homo, gidav, hom, er, jasu, eis, chamishim, gobe, chamishim, amma, ja, ja, kram, es ist nicht, wenn ich nicht, nur, das ist, das ist, halts, zinionim, das ist Tifinionim, scheranum, homo, no, das ist, gebolder, heidmum, fausat, gidav, zain, agero, fausat, puryim, fausat, heist, purim, daf, kihoven, alshem, apur, duchura, alshem, apur, das ist doch, di, tzore, das ist, nisch, de, jishuwe, hamala, daf, vegetables. Ja, das ist ein bisschen zu sein, aber es ist ein bisschen zu sein. das ist die höchste Union, das ist die Simcha von Purim, wie es nun meint, wie der Rebbe der Talmud der Mond, als ich gehe zu den Jungen Teivim, wo sie haben, auf sein Simcha steht, da die Besen, da ist geschickt, auf zu sein, und wir sollen so gut wie es auf zu sein, auf Purim steht das nicht. Weil mit Purim steht man Hecher. Purim darf man nicht beworben. Daft man tak gesehen, auf Purim soll sein, wir sollen so auf der Heben zu der höchste Madreges, und mit so einem Bekabel seien alle ein Spurz, und dann mit sich auf eben gar hecht in der Grieche muss ich. Oh mein, du sagst der Platz, auszudrücken in der Kurus-Atau, der größte Schuhe für die tägliche Heile im Jungen, wo es sich wieder am Seher nur jeden Tag, und da habe ich helfen, aber so ungeheuer weiter, mit der Wurde Sarkoedisch. Oh mein, wie wird gesagt, Taref Hadako, was er gehört von Friedrich Rebbe, und sagen, da war Jem Jem. Aber der Rebbe hat ihm gesagt, auf dem Sefer hat er gesagt, Hayyom, Yom, der Tog ist a Tog. Und wir lernen dem a Jem Jem, und der Tog sein a Tog. Wow. Ja, ja. Afreylech mit Purim. Agroes Tuschkoich, en Hatzlucha. Afreylech mit Purim. an und es